Hallo, mein Name ist Gregor und ich sitze hier in diesem Super-Ei, ja, in diesem Super-Ei und normalerweise müsste ich schon lange geschlüpft sein hier aus diesem Ei, aber es ist so klasse in diesem Ei. Vielleicht schaffe ich es ja bis zum Sommer auf der Spielwarenmesse mal hier raus zu kommen und ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.